Auf einem Steinarm des Throns wurde ein Dolch abgelegt, von dessen Klinge ist ein dünnes, blutrotes Rinnsal, auch dann noch an Redricks Fingern vorbei, nach unten schlängelt, als er sich schon vorbeugt, um dich mit durchbohrendem Blick anzusehen. Ich dachte, er würde besser aussehen, trotz der ganzen Inzucht. Das Gesicht ist zwar ruhig, aber du merkst, wie seine Hand zu seiner Waffe gleitet, als hätte sie ihren eigenen Verstand. Und du bist nicht einer meiner, also ich kann dich nicht anzusehen. Du bist nähergekommen, als die meisten seiner Leute es jemals geschafft haben. Redrick schaut seine Wachen an, die nervös auf der Stelle treten. Viel zu nah. Er wendet seinen Blick wieder dir zu. Eine heimliche Infiltration? Und dann bist du geschickter vorgegangen, als Colst es jemals gekonnt hätte. Damit hatte ich nicht gerechnet. Was hat dir mein Cousin versprochen? Eine reiche Belohnung? Wenn mit seinem Namen irgendwelche Ressourcen verbunden wären, würde er meine nicht begehren. Redricks Gesichtsausdruck wird härter. Und er wäre ein ehrenvoller Mann gewesen, hätte er das hier gar nicht erst versucht. Noch jetzt dazu, wo ich so viel verloren habe. Colst ist dein Cousin? Was hast du verloren? Unter deiner Herrschaft hat Goldtile viel zu leiden gehabt. Es hat einen besseren Anführer verdient. Ich bin nicht von Colst geschickt worden. Das wäre gelogen. Fragen wir mal, was er verloren hat. Es ist eine Plage zwischen uns hier in Gilded Vale. Das Legate ist nur ein Teil davon. Der Rest ist Angst, Heresie, Perversion. Jedes Inzidenz ist nur das Flicker eines Kandels. Aber zusammen ein Blitz, der uns zerstört wird. Redrick ist einige lange Augenblicke lang still. Unter uns hier in Goldtile ist eine Plage. Das Vermächtnis ist nur ein Teil davon. Der Rest ist Angst, Kitzerei, Perversion. Jeder Vorfall allein ist kaum mehr als das Flackern einer Kerze. Zusammen aber bilden sie eine Feuersbrunst, die uns vernichten wird. Das Vernächtnis macht die Männer verrückt. Aber mit Frauen stellt sie vielleicht noch Schlimmeres an. Ich weiß es nicht. Sein suchender Blick streift dich und wendet sich wieder ab. Sie klammern sich an falsche Versprechungen, an dunkle und schreckliche Dinge. Jede gestattete Lüge speist das Feuer. Jedes Fürsten von heuchlerischen Scharlatanen und giftzwingigen Hebammen. Die Worte falscher Propheten, die versprechen toter Götter. Er beilt eine behandschrute Hand zu sammeln. Die Flamme hat sie verzehrt, meine Ygritte. Jedrik schad auf den Dolch und die Worte bleiben ihm kurz im Hals stecken. Und unser Kind mit ihr. Kolsky ist dein Cousin? Oh ja, er und ich sind verwandt. Er ist sogar hinter diesen Mauern aufgewachsen. Er wusste um alle Privilegien, die unsere Familie anzubieten hatte. Ein gieriger Mann aber lächst immer nach mehr, als er bekommt. Wie großzügig das auch sein mag. Ich war der älteste Erbe des Verwalteramts unserer Ländereien. Er nicht. Im Zuge dieses Verlängnisses kam das Chaos hierher. Panik und Verzweiflung. Kolsky nutzte dieses Chaos aus und ziehte Zwietracht in unseren Reihen. Mit falschen Versprechungen gewann er loyale Männer und Frauen für seine Sache. Gute Männer. Gute Frauen. Ein Moment lang schweifft Frederiks Blick in die Ferne. Da schallte er dich plötzlich mit einem kreisenden Lippen an. Er floh rechtzeitig aus der Burg, um sich in der Wildnis hinter dem Dorf zu verkriechen. Um die Rolle eines Gemeinden zu spielen, um sich die Kunst der Leute zu erschleichen. Und während er den Eroberer spielt, hat das Tal zu leiden. Ein Familienhändler, alle. Ich habe nicht genügend Männer, um die Straßen zu bewachen und uns gegen Kolsky Überfälle zu verteidigen. Darunter hat meine Aufmerksamkeit zu leiden, meine Herrschaft, meine Familie. Frederik atmet durch seine Nase aus. Und wenn wir jederzeit von seinen verräterischen Rägen heimgesucht werden, kann ich nicht die notwendigen Anstrengungen unternehmen, um diesem Fluch ein Ende zu setzen. Auf den Deuchdeuten. Was ist hier passiert? Just Sentence. Frederik wendet den Kopf leicht, um den Deuch zu betrachten. Sein Gesichtsausdruck wird von einer plötzlichen Bedachten Stille erfüllt. Ein gerechtes Urteil. Seine Stimme wird zögerlich und genau in diesem Moment zuckt Trauerschmerz über sein Gesicht. Ygritte wusste es. Sie versteckte die Ferse vor mir, die Andenken. Sie wusste, was ich damit getan hätte. Der zerschwitterte Gott hat unsere Beziehung vergiftet. Er machte sie taub gegen meinen Befehl. Erst als unser Sohn geboren war, dieses hohle Ding, dieses Monster, dann erst dann wussten wir, zu was ihre Verbrechen geführt hatten. Frederik wirft hier einen elenden Blick zu. Er malt mit den Zähnen sein Gesicht. Ist vom Ausbruch der Gefühle gerötet. Und fleckig. Es war unerträglich. Plötzlich führt eine Hand in seine Schläfe und verdeckt damit sein Gesicht. Was weiß Kolsch schon von Opfern? Er würde sich darin schwelgen, uns einen nach dem anderen vergehen lassen und Berat Strafe erleiden, bis auch die letzte Seele zu ihrem ewigen Ruheort geht und Goldtat nicht mehr als Ödland ist. Äh, ja, das ist es beim letzten Let's Play geworden. Du hast deine Frau ermordet, dein Kind. Ich versträckte lediglich das Urteil. Hätte ich sie denn in die Hände eines Henkers geben sollen? In Dürrbart nehmen wir die Gerechtigkeit in eigene Hände. Frederik setzt sich wieder auf seinen Thron auf. Er klammert sich fest an die Arme lehnen, dass die Fingerknöchel weiß sind. Und dieses Ding, diese stumme Anomalie hatte nicht genug Leben in sich, um es zu töten. Er knallt seine Augen zusammen. Beide deine Beschuldigung für dich eindringen, ich habe ihm meine Pflicht getan. Unter deiner Herrschaft hat Goldtat viel zu leiden. Es hat einen besseren Anführer verdient. Unglaublich stößt Frederik ein tiefes, ärgerliches Geräusch aus. Und du glaubst, dass dieser Anführer Kolsch ist? Was versteht er davon, was es heißt, ein Taint zu sein? Er hat einen michrigen Haufen ungebitterter Bauern und Plünderer um sich gescharrt und schickt sie in selbstmörderische Absichten gegen meine Wachen los. Du bist nicht mehr als ein Bauern in Kolsch's Spiel und seine Absichten hat er nicht grundlos vor dir verborgen. Ich frage mich, ob du überhaupt verstehst, was du hier tust. Er studiert dich mit Bildintensität oder was du erreichen könntest, wärst du besser informiert. Du hast auf deine Art, deine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Hätte ich solch einen Verbündeten wie dich, könnten wir zusammen den Leiden Goldtals ein Ende bereiten. Wir könnten den Fluch ein für allemal besiegen und zu einem Leben zurückkehren, indem solche Strengmaßnahmen nicht erforderlich sind. Ich würde gerne mehr über die Redricks erfahren. Redricks, jetzt gibt es nur noch mich. Mit dem Namen Redrick aber war seit jeher rumverbunden. Seit Generationen schon sind wir die Verwalter Goldtals gewesen. Seine Bevölkerung versucht uns immer noch um Führung und Schutz. Zuerst vor den Exzessen des Reichs und nun vor den Gefahren, die im Dürrwald dauern. Ich habe die Pflicht gehabt, gemäß meines Gelübnis, meines Titels, werde ich, solange ich teilen bin, keinerlei Bedrohung wegen unserer Lande gestatten. Mögen sie sterblicher oder spiritueller Natur sein. Was ist mit Goldtals geschehen? Das Vermächtnis, flüstert Redrick, kurz nach dem Tod des zersplitterten Gottes, wie weit wird das Vermächtnis über unsere Lande? Er schüttelt den Kopf und mit dem Vermächtnis kam die Verzweiflung. Wie hätte das auch anders sein sollen, wenn uns der Fluch unserer Kinder beraubte, unserer Hoffnung? Ich wusste, dass Berath solche Grausamkeit nicht dulden würde, es sei denn, wir hätten seine Kunst verloren. Manche im Dorf klammern sich noch immer an einen falschen Glauben und hündigen dem falschen Gott. Sie feiern ihn im Geheim, obwohl sie wissen, was er über uns bringt. Meine eigene Frau setzt ihre Ketze rein gegen meinen Willen fort und als unser Kind geboren wurde, sahen wir, dass keine Sünde unerkannt blieb. Er malt mit seinen Zähnen. Kein Mann kann sich Beraths Urteil entziehen, keine Frau. Redrick schaut den Dolchern, der auf dem Thron liegt. Ich werde das Notwendigste tun, damit wir nicht vom rechten Weg ankommen. Die letzten dieser Kultisten aus dem Dorf auszumerzen, hat aber seine Zeit gedauert. Zeit, die Kult zusammen seiner Truppen genutzt hat. Dein Volk hat Gerechtigkeit verdient. Das findet jetzt hier ein Ende, da könnte ich ihn angreifen. Ich bin bereit zuzuhören. Gut, gut. Es geht hier um zu viel, um unüberlegt zu handeln. Redrick legt sich vor. Sei dir gewiss, Trutzburgs wird davon hören, wie sehr du mir geholfen hast. Du hast es in den eigenen Händen, mit dieser Rebellion kurzen Prozess zu machen. Ich habe viel zu viele Ressourcen auf Koltz verschwendet und den Preis dafür gezahlt. Wenn du ihn umbringst, könnte ich meine Aufmerksamkeit wieder auf diese Plage richten. Der Priester und meine Beseelerin werden ein Heimmittel finden. Meine Familie wird die Letzte sein, die unter diesem Verlechtnis zu leiden hat. Ich weiß auch nicht, aber ich finde es ganz nett, dass ihn jemand davon ablenkt, den Rest meines Dorfes auszulöschen. Wenn sie heutzutage nicht gerade die mästen Nachbarn sind. Er zweifelt ohne... Versucht, ihn mit seinen Lügen auf seine Seite zu ziehen. Er wird dir gestatten, dich ihm zu nähern, damit er dich noch mehr bearbeiten kann. Und dann wirst du deine Chance bekommen. Gut, ich werde Koltz Finn und seinem Leben ein Ende setzen, sage ich jetzt mal, damit es nicht eskaliert hier drin. Gut, Redrick singt auf seinen Sitz zurück. Der Erfolg scheint ihn etwas Kraft gekostet zu haben, da er auf seinem Gesicht nur eine Art ausgezerrter Müdigkeit liegt. Du wirst nicht lange suchen müssen. Sein Lager befindet sich in der Wildnis in der Koltz-Tal. So, wir sperrbehalten die Straße im Auge und warnen ihn vor meinen Truppen. Du aber solltest mehr Glück haben. Kümmere dich um ihn und kehre dann hierher zurück. Für deine Mühe werde ich dich gerecht belohnen. So, dann können wir wieder unsere Sachen anziehen. Fragen! also zwei sachen sind schon drauf stieg resistenz und zweite chance zweite chance war dass er noch mal aufsteht naja hier würde ich gerne dann entweder macht wenn wir dann die zutaten haben oder verfassung reinpacken dafür brauchen werden diamanten wir haben für legendär bräuchten wir ein smaragd müssen wir mal gucken wenn soweit ist alles gut ist wir können ja die ganzen sachen verzaubern also auch alofs robe und du ins robe genauso wobei der schon verfassung plus zwei hat was gutes und der brandresistenz das heißt wir müssten sie nur noch okay die können wir glaube ich doch die könnten wir noch legendär machen bräuchten hat jede menge materialien dafür jetzt können wir uns allerdings wenigstens in retrix fest und frei bewegen im feuer rollen sich geschwärzte seiten auf eine ledereinwand auf die eine aufgehende sondern drei sterne geteilt stanzt wurden ist durch die flammen kaum auszumachen heilende hände wache zauberbindung wiederherstellung von leichter ausdauern was wir tun es immer noch feuchtes blut läuft aus der aufgeschützten kehle der frau und durchtränkt die lagen auf der sie liegt ja da hat redrick kalt ganze arbeit geleistet mit seiner armen frau noch ein infusionstrank gold duck der duck ist die einzige münze die im dürrwerk geprägt wird auf diesem münzen sie die gesichter historischer ducks abgebildet wir gleich die meisten von ihnen das gesicht von atme fahrdre zeigend im ersten duck bei pistole silber fennig und hier im alot im 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 Vielen Dank.